Beten wir noch zusammen. Vater, wir danken dir, dass du der Schöpfer aller Dinge bist, dass du der Herr dieser Welt bist, dass du souverän herrschst und alle Dinge längst und leitest. Wir loben dich dafür, für das, was wir heute in deinem Wort gemeinsam entdecken wollen, wenn wir in das Buch Daniel hineinschauen. Wir beten darum, dass du unsere Herzen weich hältst für dein Wort und dass du uns ermutigst heute Morgen. Wir beten darum, dass du uns neue Kraft zusprichst, dass du unseren Glauben stärkst. Amen. Die 70. Jahrwoche. Mich würde mal kurz interessieren, wer diesen Begriff schon mal gehört hat. Die 70. Jahrwoche. Wer das schon mal gehört hat. Okay, super. Für diejenigen, die das schon mal gehört haben, dann vielleicht eine kleine Auffrischung. Für diejenigen, die das noch nie gehört haben, dann hört ihr das heute zum ersten Mal. Einfach gesagt ist es so, dass ungefähr 500 vor Christus, plus minus vielleicht 30 Jahre, da hat Gott zu dem Propheten Daniel etwas Erstaunliches gesagt. Gott hat nämlich zu Daniel gesagt, Daniel, in den nächsten 490 Jahren passiert etwas Gewaltiges. Aber dabei hat Gott nicht von 490 Jahren gesprochen, sondern von 70 Jahrwochen. Eine Jahrwoche sind sieben Jahre. Das ist jetzt ein bisschen Mathe. 70 mal 7, 490 Jahre. Musst du nicht nachrechnen, kannst du mir glauben. Die 70. Jahrwoche ist also die letzten sieben Jahre dieser 490 Jahre. Und darum geht es, wenn man über die 70. Jahrwoche von Daniel spricht. Und dann geht es um Fragen wie, wann wird das sein? Was wird dort beschrieben? Und so weiter. Unser Plan für heute Morgen ist, dass wir diese Prophezeiung in Daniel mal anschauen. Dass wir uns anschauen, was sagt Gott dort eigentlich zu Daniel. Wir wollen uns diesen Abschnitt anschauen und dabei verfolgen wir zwei Ziele. Wir wollen verstehen, worum es hier geht. Und wir wollen uns ermutigen und zurüsten lassen für das Leben heute. Mein Plan ist also, dich zu ermutigen und zuzurüsten mit dem Wort Gottes, wenn wir heute im Buch Daniel unterwegs sind. Das Spannende ist, auch wenn du heute Morgen hier sitzt oder auch zu Hause zuschaust und du vielleicht anders über die 70. Jahrwoche denkst, als ich es jetzt gleich tun werde, wenn wir in diesem Predigtext unterwegs sind. Auch wenn du anders darüber denkst, glaube ich, dass du mir so im Großen und Ganzen trotzdem dein Amen geben kannst zu dieser Predigt. Weil die großen Linien, die wir hier sehen, da haben wir Einheit. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Es ist ähnlich wie beim Buch Offenbarung. In den großen, wichtigen Dingen haben wir Einheit und in den Detailfragen haben wir Vielfalt. Das werden wir dann heute Morgen auch sehen. Also hören wir mal auf unseren Predigtext aus Daniel 9 ab Vers 20 bis Vers 27. Wie berichtet uns dann Daniel? Während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und mein Flehen für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, hinlegte und während ich noch redete im Gebet da zur Zeit des Abendopfers, da rührte mich der Mann Gabriel an, den ich am Anfang in der Vision gesehen hatte, als ich ganz ermattet war. Und er wusste Bescheid und er redete mit mir und sagte, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Am Anfang deines Flehens ist ein Wort ergangen und ich bin gekommen, um es dir mitzuteilen, denn du bist ein viel Geliebter. So achte nun auf das Wort und verstehe die Erscheinung. Daniel war also im Gebet vor Gott und dann kommt ein Engel, Gabriel, zu ihm und sagt ihm, Daniel, weil du Wohlgefunden hast bei Gott, weil du ein viel Geliebter bist, weil Gott dich mag, deswegen verrate ich dir jetzt etwas, deswegen wird Gott dir jetzt sagen, wie es weitergeht, wie sein Plan aussieht. Du behältst jetzt einen Einblick in den Plan Gottes und dann hört Daniel folgendes. In Vers 24 geht es weiter. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Visionen und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So sollst du denn erkennen und verstehen von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wieder herzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten sind es sieben Wochen und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wieder hergestellt und gebaut sein und zwar in der Bedrängnis der Zeiten und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und keine Hilfe finden und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören und sein Ende ist in einer Überflutung und bis zum Ende ist Krieg, festbeschlossene Verwüstungen und stark machen wird er einen Bund für die vielen eine Woche lang und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer aufhören lassen und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis festbeschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Gott sagt Daniel also, Daniel, ich habe etwas Gewaltiges vor. So etwas hat es noch nicht gegeben. Und zwar, Vers 24, ich habe vor, das Verbrechen zum Abschluss zu bringen, den Sünden ein Ende zu machen, die Schuld zu sühnen, eine ewige Gerechtigkeit einzuführen, Visionen und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Und das passiert innerhalb von 70 Jahrwochen. Das ist, was Gott hier zu Daniel sagt. Daniel weist damit also, von dem Tag an, wo der Befehl kommt, Jerusalem wieder aufzubauen, von dem Tag an sind es noch genau 490 Jahre, bis Gott diese Dinge tut. Darauf kann er sich dann einstellen. Er wartet also darauf, dass dieser Befehl kommt, Jerusalem wiederherzustellen. Denn zu dem Zeitpunkt, wo Daniel diese Worte hört und so die Geschichte seines Lebens, das, was er mitbekommen hat, ist die Zerstörung von Jerusalem. Jerusalem liegt in Schutt und Asche. Der Tempel war vernichtet worden. Die Herrlichkeit Gottes hat sich davon erhoben, so wie es, glaube ich, bei Hesekiel berichtet wird. Und das Volk Gottes war verschleppt worden. Da kam nämlich ein fremder König ins Land und hat Jerusalem vernichtet und das Volk Gottes genommen und woanders hin verfrachtet, in seinem Reich verteilt. Und Daniel war zu diesem Zeitpunkt dann in Babylon und hat dort am Hof dienen müssen. Das heißt, Gott kommt zu Daniel und sagt, Daniel, nicht mehr lang und der Befehl kommt. Jerusalem wird wieder aufgebaut werden. Die Strafe, die ich über mein Volk verhängt habe, die geht bald vorbei. Und wenn es soweit ist, dann kannst du die Uhr stellen. Dann könnt ihr gemeinsam als mein Volk darauf warten, dass ich komme und etwas Großartiges für euch tue. Über die Datierung dieses Befehls gibt es verschiedene Ansichten. Wann genau kam jetzt der Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen? Das Problem an der Sache ist, das hat eine Weile gedauert. Das Volk Israel ist auch nicht in einem Zug wieder nach Jerusalem zurückgegangen, sondern so Stück für Stück, grüppchenweise. Und es gab mehrere Befehle, die verschiedene Dinge betroffen haben. Es gab dann den Befehl, den Tempel wieder aufzubauen. Es gab einen Befehl, Geld zu sammeln für den Tempel. Es gab einen Befehl, die Stadtmauer wieder zu errichten. Und so kann man hineinschauen in die Geschichte und in das Wort Gottes und dann überlegen, okay, welcher Befehl war es denn jetzt? Was hat der Engel Gabriel genau gemeint, als er sagt, an dem Tag, wo der Befehl kommt? Aber das Wichtige dabei ist, gar nicht so sehr die Frage, okay, welchen Befehl meint Gott jetzt? Es gibt den Befehl von Ataxerxes, 457 vor Christus. Da gibt es ganze Bücher darüber, dass Leute sagen, das ist der Befehl und nur das. Oder war es dann der Befehl an Nehemiah, 445 vor Christus. Oder war es vielleicht doch der Befehl von Kyros, 538 vor Christus. Es gibt verschiedene Meinungen, aber diese Frage ist für uns, glaube ich, nicht so wichtig. Für Daniel war sie bestimmt super wichtig, weil er wissen wollte, welcher Befehl war jetzt gemeint. Für uns ist es wichtig, hier zu sehen, Gott hat etwas versprochen und dann hat er es erfüllt. So einfach. Diese Wahrheit musst du an dein Herz heute Morgen heranlassen. Gott hat versprochen, Gott hat erfüllt. Er hat gesagt, er wird etwas tun und dann hat er es getan. Verlier dich hier nicht zu sehr in den Details und in den Matheaufgaben. Man kann wirklich hier sitzen mit seiner Bibel aufgeschlagen mit einem Taschenrechner und anfangen zu rechnen. Aber ich glaube, dass man dann das Wichtige hier fast aus dem Blick verliert. Gott hat versprochen, Gott hat erfüllt. Denn was hier angekündigt wird, ist eigentlich einfach. Ungefähr 30 nach Christus, je nachdem, wie man dann rechnet, ungefähr 30 nach Christus wird der Gesalbte des Herrn sterben. Das wird hier in Vers 26 angekündigt. Ein Gesalbter wird ausgerottet werden. Ein Messias wird ausgerottet werden und keine Hilfe finden. Und genau das ist passiert, als Christus, Gottes Sohn, in diese Welt gekommen ist und am Kreuz von Mensch und Gott verlassen, alleine gestorben ist. Gott hat es versprochen und Gott hat es erfüllt. Dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ist das vollbracht, was hier verheißen wird. Das Verbrechen wurde zum Abschluss gebracht. Den Sünden wurde ein Ende gemacht. Die Schuld wurde gesühnt. Eine ewige Gerechtigkeit wurde eingeführt. Vision und Propheten wurden versiegelt, wurden erfüllt in dem, was Jesus getan hat. Ein Allerheiligstes wurde gesalbt. Jesus hat das getan. Er ist in diese Welt gekommen und hat genau das getan. Er ist in Übereinstimmung mit den Propheten des Alten Testaments gekommen und hat sein Leben gegeben, um sein Volk zu erlösen. Und dadurch hat Jesus unsere Sünden vor Gott gesühnt. Er hat für unsere Schuld also bezahlt und er kleidet uns in eine ewige Gerechtigkeit. Das bedeutet, das, was Jesus mit dir macht, wenn du an ihn glaubst, das hält für immer. Es gibt da kein Ablaufdatum. Es ist nicht so, dass irgendwann nach einer halben Ewigkeit die Gerechtigkeit Jesu plötzlich nicht mehr ausreicht. Das, was er dir schenkt, das, was er mit dir macht, wenn du zum Glauben an ihn kommst, hält für immer. Es ist unwiderruflich, unauflösbar, ewige Gerechtigkeit. Deshalb heißt es dann später im Neuen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 12, über Jesus, dass er nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen ist. Und er hat eine ewige Erlösung erworben. Das Blut Jesu, das am Kreuz für uns vergossen wurde, es ist so kostbar, dass das Reinwaschen, was dadurch passiert, für immer hält. Eine ewige Gerechtigkeit ist das, was Jesus dir schenkt, wenn du zum Glauben an ihn kommst. Und wenn du noch nicht an Jesus glaubst, hör auf, es zu versuchen, dich vor Gott besser darzustellen, als du bist. Denn egal, was wir leisten, selbst wenn das, was wir leisten, irgendwie Bestand hätte, Ich garantiere dir, es hat keinen ewigen Bestand. Eine ewige Gerechtigkeit kannst du dir selbst nicht sichern, aber Jesus schenkt sie dir, wenn du umkehrst und an ihn glaubst. Wem Jesus die Sünden vergibt, dem sind sie für immer vergeben. Wen Jesus reinigt, der ist für immer rein. Wenn wir heute Morgen das Ziel verfolgen, zu verstehen, worum es hier in Daniel 9 geht, dann ist es genau das. Gott hat versprochen, Gott hat erfüllt. Er hat gesagt, er wird das tun und dann hat er es getan. Und bevor wir uns anschauen, warum diese Wahrheit für dein Leben heute Morgen wichtig ist, warum das eine Ermutigung für dich sein kann, bevor wir uns das genauer anschauen, müssen wir uns zuerst dieser 70. Jahrwoche nochmal widmen. Also die letzten sieben Jahre dieser Prophezeiung. Die Art und Weise, wie Gott hier kommuniziert. Wir haben im Jugendkreis am Mittwoch diesen Text auch angeschaut und da haben die Jugendlichen auch gesagt, warum sagt Gott nicht einfach, was Sache ist? Warum so kompliziert? Warum sagt er nicht 490 Jahre? Warum Jahrwochen? Warum diese Aufteilung und so? Er macht es so. Und die Art und Weise, wie Gott hier kommuniziert, dadurch, dass er auch diese Einteilung gibt, das hat im Laufe der letzten Jahrhunderte, vor allem so in der letzten, in den letzten zwei Jahrhunderten, hat es dazu geführt, dass verschiedene Theologien und Auslegungen rund um diese Prophezeiung entstanden sind. Weil Gott hier von drei Zeitabschnitten spricht. Er spricht ja dann in Vers 25 von sieben Jahrwochen und dann von 62 Jahrwochen und dann in Vers 27 spricht er nochmal von einer Jahrwoche. Er trennt das also so ein bisschen auf. Und das sind dann insgesamt diese 70 Jahrwochen. Und wenn wir über die 70. Jahrwoche reden, dann geht es eigentlich nur um die zweite Hälfte von Vers 26 und Vers 27. Das lese ich nochmal für uns vor. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören und sein Ende ist in einer Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg fest verschlossene Verwüstungen. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräuel kommt ein Verwüster, bis festbeschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Die große Frage ist, wann wird das sein? Oder war es vielleicht sogar schon? In den letzten 200 Jahren sind einige Theologen aufgetreten. So Namen wie John Nelson Darby, Cyrus Scofield, den man vielleicht von der Scofield-Bibel kennt, Dwight Moody und noch viele andere. Sie sind davon überzeugt, dass diese sieben Jahre, die Gott hier beschreibt, die letzten sieben Jahre der Menschheitsgeschichte sind. Und sie nennen diese letzten sieben Jahre der Menschheitsgeschichte, bevor Jesus wiederkommt, die große Trübsal. Und sie gehen davon aus, dass das Buch Offenbarung diese Zeit beschreibt. Es ist quasi eine detailliertere Angabe dessen, was dann kommt, als wir es hier in Daniel 9 sehen. Ihr habt im Laufe der Offenbarungspredigt-Reihe, die dann auch nächste Woche wieder weitergeht, habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich diese Ansicht nicht teile. Ich glaube nicht, dass Daniel hier, beziehungsweise Gott hier, durch Daniel, die letzten sieben Jahre der Menschheitsgeschichte beschreibt. Also ich sehe hier keinen Grund dafür, das anzunehmen, dass die letzten sieben Jahre der Menschheitsgeschichte beschrieben werden. Gott sagt Daniel, im Laufe von 490 Jahren passiert etwas. Und dann gibt er ihm diese Aufteilung, 49 Jahre, 434 Jahre, sieben Jahre. Also warum sollten wir diese sieben Jahre dann nehmen, und sie ganz ans Ende der Welt packen. Sodass, zumindest bis jetzt, knapp 2000 Jahre zwischen diesen Dingen noch liegen. Vor allem glaube ich, dass man das nicht tun sollte, wenn es eine sehr viel naheliegendere Erfüllung dieser Prophetie gibt. Ich glaube nämlich, was Daniel hier beschreibt, was wir in Daniel 9 sehen, ist die Belagerung von Jerusalem und die Zerstörung des Tempels, die 70 nach Christus passiert ist. Wo dann ein Volk, wie es hier beschrieben wird, nämlich die Römer, eines kommenden Fürsten, Titus, die Stadt und das Heiligtum zerstört haben, und bis zum Ende war Krieg und festbeschlossene Verwüstung. Genau so, wie wir es in Matthäus 24 auch gesehen haben. In Matthäus 24, wo wir es in der Schriftlesung heute gehört haben, da kündigt Jesus nämlich auch die Zerstörung des Tempels an. Wo Jesus es so ankündigt, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, Wer das liest, der merke auf. Also wer Daniel liest, der merke auf. Dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinuntersteigen, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Da geht es darum, dass in Jerusalem man von Dach zu Dach sich bewegen kann. Man kann die Stadt tatsächlich verlassen, einfach über die Dächer. Und man muss gar nicht runter auf die Straße, in das Chaos, wo die Menschen rumrennen. Wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht, noch an einem Sabbat, Klammer auf, wo man nicht reisen darf und die Tore verschlossen sind, Klammer zu. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie vom Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Bei der Belagerung Jerusalems, 70 nach Christus, sind über eine Million Menschen gestorben. Es war ein katastrophales Ereignis. Die Hungersnot, über die Jesus in Matthäus 24 auch spricht, die war so schlimm, dass es Fälle von Kannibalismus gab in dieser Stadt. Josefus berichtet davon, dass Eltern ihre Kinder verspeist haben in dieser Zeit. Als der Tempel zerfiel und alles in Flammen aufgegangen ist, am Ende einer langen Belagerung, da haben die römischen Soldaten ihre Banner aufgestellt, auf den Tempel ausgerichtet und haben dann sich die Zeit genommen, umgeben von Zerstörung und toten Israeliten Opfer zu bringen, ihren Göttern und Ruhm, um gezielt diesen Platz zu entweilen. Es war schrecklich. Josefus, also das, wenn du den Namen nicht kennst, ein Historiker aus der Antike, er berichtet davon, dass so viele Leichen in Jerusalem lagen, dass man den Boden nicht mehr sehen konnte. Die Soldaten waren es irgendwann müde zu töten. Aber wisst ihr, wer nicht unter den Opfern war? Christen. Die Christen in Jerusalem waren vorher geflohen, weil sie auf Jesus Warnung gehört haben, weil sie wussten, Jesus hat gesagt, das kommt und zwar zu unserer Lebzeit. Wir müssen wachsam sein und darauf warten, denn es wird passieren und wenn es so weit ist, müssen wir fliehen und nicht hier bleiben und kämpfen. Und das ist, was die Jünger Jesu getan haben. In einer Parallelstelle zu Matthäus 24 im Lukas-Evangelium, da sagt Jesus, oder da berichtet es Lukas zumindest so, Jesus sagt dort ab Vers 20, Wenn ihr aber Jerusalem von Herrscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen und die, die in seiner Mitte sind, daraus fortgehen und die, die auf dem Land sind, nicht dort hineingehen, denn dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Auch wenn du die Sache mit der 70. Jahrwoche anders siehst als ich, wirst du mir, glaube ich, trotzdem zustimmen, zumindest hoffe ich, dass du mir zustimmst, dass wir in Daniel 9 grundsätzlich etwas Wunderbares sehen, nämlich Gott hat versprochen und Gott erfüllt. Was er sagt, macht er. Er bricht sein Wort nicht. Und ich will dir heute Morgen zum Schluss zeigen, warum das unheimlich ermutigend sein kann für dich. Aber dafür musst du mal in dein eigenes Herz hineinschauen und dir die Frage stellen, wonach sehnst du dich im Moment? Und ich meine jetzt nicht einfach so das Ende der Predigt oder dein Sofa, das jetzt heute Nachmittag auf dich wartet, geh mal an diesen Dingen vorbei und geh mal tiefer. Schau mal tief in dich hinein. Wonach sehnst du dich wirklich? Was möchtest du? Sehnst du dich danach, Ruhe zu haben? Echte Ruhe, stressfreie, angstfreie Ruhe? Sehnst du dich? Sehnst du dich danach, Frieden zu erleben? Echten Frieden? Sehnst du dich danach, Gesundheit zu erfahren? Keine Schmerzen zu haben? Sehnst du dich danach, getröstet zu werden? Erfüllte Hoffnung zu spüren? Und zwar voll und ganz. Sehnst du dich danach, Freude zu empfinden? Echte, spürbare, aus dir herausquellende Freude? Sehnst du dich danach, Hoffnung zu spüren? Und zwar erfüllte Hoffnung. Sehnst du dich danach, Liebe zu spüren? Echte, bedingungslose Liebe, die in einer Art und Weise kommuniziert wird, dass du es auch verstehst, dass es bei dir ankommt, dass du dich voll und ganz geliebt fühlst und weißt. Sehnst du dich nach Gerechtigkeit? Sehnst du dich nach Kraft? Ihr Lieben, er kommt. Jesus kommt. Und mit ihm kommen diese Dinge und noch viel mehr. Er kommt. So, wie er es verheißen hat. Und hier ist das Herrliche an Daniel 9. Es ist nicht das erste Mal, dass das Volk Gottes sich danach sehnt, dass Jesus kommt. Bist du dir dessen bewusst? Das ist nicht das erste Mal. Es war schon mal so im Alten Testament. Das Volk hat sich danach gesehnt, dass Gott kommt, dass er das Problem der Sünde löst, dass er sein Wort einhält, was er versprochen hat. Daniel, der diese Worte hier hört, er sehnt sich danach, dass das endlich passiert. Und es ist passiert. Jesus ist gekommen in diese Welt, in Fleisch und Blut, genauso, wie es versprochen wurde. Er hat sein Wort gehalten. Er ist genau zu dem Zeitpunkt gekommen, den Gott dafür vorhergesehen hat, weil es der richtige und beste Zeitpunkt dafür war. Und so wird es auch wieder sein, wenn er wiederkommt. Er wird kommen, weil er es versprochen hat, und zwar zu dem Zeitpunkt, der am besten ist. Ein Zeitpunkt, den nur der Vater im Himmel kennt. Aber ein Zeitpunkt, den der Vater im Himmel sich auch ausgesucht hat. Lass uns noch zusammenbieten. Vater, wir danken dir, dass du dir diesen Zeitpunkt erdacht hast und dass wir wissen dürfen, dass du dein Wort halten wirst. Du wirst Jesus wieder senden. Er wird kommen vom Himmel herab. Und mit ihm kommt das Königreich, das in unserer Mitte schon angebrochen ist. Mit ihm kommt Frieden und Ruhe und Liebe und Gerechtigkeit und Hoffnung und Trost und Gesundheit und ewiges Leben. Herr, du siehst unsere Herzen, wie wir uns nach diesen Dingen sehnen. Und wir loben dich dafür, dass du uns immer wieder einen Vorgeschmack darauf gibst, jedes Mal, wenn wir die Gegenwart Jesu kosten in dieser Welt. und wir beten darum, dass du uns das schenkst, dass du uns erfüllst mit Freude, mit Liebe, mit Friedfertigkeit, mit Kraft. Und wir loben und preisen dich dafür, dass dein Timing perfekt ist, dass du alle Dinge in der Hand hast, dass du diese Welt regierst und dass dein König kommt. Amen. Amen. Amen.